Willkommen im Schnäppchenkeller von Profischnack.de Ich zeige Ihnen hier jetzt eine ganz besondere Gruppe und zwar das Modell 15650 von Willi Schillig als Kundensternung Choice eine vierteilige Ecke mit Sittiefenverstellung in Stoff V3923 Dark Rail Links brauchen Sie 2,36 Meter Platz, rechts 3,48 Meter Nun, was ist hier drüber zu sagen? Choice ist einer der Long Seller bei Schillig Läuft schon seit knapp zehn Jahren sehr erfolgreich weil einfach unvergängliche Optik, super Sitzkomfort mit Federkern im Sitz und eben dieser Sittiefenverstellung in allen Sitzen außer der Ecke Die Ecke ist immer nach hinten gestellt, weil man ja hier hauptsächlich liegen will eine schöne Armlinne, die auch noch verstellbar ist und Platz für wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute für eine große Familie, schöner grauer Stoff, leicht zu kombinieren schöne Metallfüße, hohe Bequemlichkeit auch für das tägliche, für den täglichen Mittagsschlaf oder für den abendlichen Fernsehschlaf alles drin, alles dran ja, die Ecke ist fest die Kissen sind auch festgemacht kann nichts verrutschen Sie können hier noch Kopfstützen reinstecken Hallo, hier sind Sie und damit einen Hochlenkkomfort erzeugen ja, ein absolutes Schnäppchen bei uns kostet die Gruppe jetzt 1.750 Euro statt 3.700 ein Kundensterno welchen Sie so zu diesem Preis nur einmalig bei uns bekommen Hui, hm wollen Sie sie? Dann nichts wie los nach Impfungen oder klick, klick, klick machen Sie klick schnappen Sie zu Dankeschön Ihr Lutz Reinhardt